Hallo liebe ElbkickTV Zuschauer, die Woche ist vorbei und in den kommenden Tagen warten wieder viele spannende Partien auf uns. Aber nicht nur die Woche ist zu Ende, sondern auch das Voting zum Tor des Monats. ElbkickTV hat zusammen mit dem Hamburger Abendblatt nach dem schönsten Tor des Monats gesucht und ihr habt entschieden. Wir wollen auf diesem Wege ganz herzlich den Gewinner des Tor des Monats beglückwünschen und zwar Kim Schulze vom SV Lurup. Damit wir wissen worum es geht, schauen wir uns jetzt gemeinsam nochmal das Tor von Kim an, für das ihr gevotet habt. Ja Kim, ein wunderschönes Tor von dir. Wir beglückwünschen dich auch nochmal im Namen der gesamten ElbkickTV Redaktion und hoffen dich auch bald hier bei uns im Talk auf der Couch begrüßen zu dürfen, wo du dann auch noch ein kleines Geschenk für deinen Sieg überreicht bekommst. Wenn ihr auch ein schönes Tor von einem Kumpel, von einem Mannschaftskameraden oder von einem Verwandten gesehen habt, dann schickt uns eure Vorschläge an redaktion.elbkick.tv oder kontaktiert uns einfach über unsere Facebook-Seite. Wir freuen uns auf ein paar schöne Tore am Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020